Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe schon den ersten ausgepackt, weil ich ein paar Zettel drin hatte. Von DiVolo was bekommen und zwar den DiVolo Wi-Fi 6 Repeater 5400, den habe ich zweimal bekommen. Einmal ist noch eine Packung drin, also im Karton. Den werden wir auch gleich auspacken, also ein Unboxing machen. Warum und weshalb? Werde ich euch gleich alles im Unboxing jetzt erzählen. Wir wechseln nur schnell die Unboxing-Ansicht, weil sonst wird das Video wieder so lang und dann meckert der wieder rum. Einige, dass er zu lang wird, das können wir auch beim Auspacken ein bisschen quatschen. Deswegen einmal wechseln. So, und schon sind wir in der Unboxing-Ansicht. Warum und weshalb? Einmal, um natürlich das WLAN zu verbessern. Zweitens kann man das nicht nur nehmen, um seine alte Fritzbox, Speedlink oder wie die heißen von Telekom, um das WLAN da zu verbessern, also auf Wi-Fi 6.6 zu kommen. Nein, ihr könnt zwei davon auch miteinander kombinieren. Also nicht einfach weiterleiten meine ich jetzt damit, nein, im Mesh-Netz benutzen das praktisch, dass eins stellt ihr neben euren Router mit LAN-Kabel an den Router anschließen und das andere dann im Wohnzimmer oder wo er gerade braucht, um euer WLAN zu verstärken. Und hier sind auch LAN-Ports. Leider sind nur zwei LAN-Ports vorhanden. Nicht so wie damals bei der Gigagate, wo halt fünf LAN-Ports waren. Da habe ich mich auch nachgefragt für euch, weil viele gefragt haben, hey, die Gigagate gibt es kaum noch irgendwo zu kriegen. Kommt da noch mal ein neues Modell? Wird das hier updated? Was ist da der Phase? Jetzt aber. Leider gibt es die Gigagate nicht mehr. Also wird auch nicht mehr hergestellt, soweit ich das mitgekriegt habe. Es ist auch nicht in Planung, dass da ein neues Modell kommt. Leider. Aber vielleicht hat die Volo oder die Chefetage von die Volo da ja noch ein Einsehen, wenn sie sehen, dass das halt gut ankommt oder dass mehrere Leute da fragen oder so. Und dass es die Leute interessiert. So eine 12 Monate Garantie haben wir noch mit bei hier. so. Und ein Quickstart Guide. Wo dann halt erklärt ist, wie wir das halt anschließen können. Die Volo Home Netz App. Ja. Also über die App. Und dann muss man dann halt hier sagen, mit welchem Router man verbunden werden soll. oder will. Und dann haben wir hier noch B1, B2, B3. Und dann hier beim Router die WBS Taste drücken. Und hier kann man dann verbinden. So. Da ist auch wirklich nicht viel drin. Wir haben ein Stromkabel. Weil es ja für Mesh ausgelegt ist. Hier drunter ist jetzt wirklich nichts weiter drin. Ich mach den extra mal auf für euch, dass ihr jetzt seht. Da ist wirklich nichts. Kein Kabel, kein gar nichts. Weil es ja eigentlich nur ein Repeater ist. Der praktisch euer WLAN verstärkt, was ihr habt. Oder beziehungsweise, also nicht was ihr habt, aber halt ein neues WLAN Netz in eurem Haus aufbaut. Oder Wohnung. Wo auch immer. Mit dem, mit dem WiFi 6 Standard. Machen wir das mal kurz weg. So. Und das ist das gute Gerät. Zwei LAN Ports. Strom. Kabel. Und dann halt die Quick Start Guide. Mehr ist da nicht mit bei. Da können wir auch Hardware gleich mit drin machen. Hier ist ja Quatsch. Ist ja nicht viel zum Anpacken. Und dann machen wir beim nächsten Video gleich das anschließen. Wir haben hier indirekte Belüftung. Also oben und unten. Und. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da. Da. Und hier. habt ihr halt überall indirekte Belüftung. Wir haben hier. Wenn ich es noch recht im Kopf habe. Vier mal vier Antennen. Und zwei mal zwei. Da steht doch irgendwo drauf. Genau. Hier steht es noch drauf. Zwei mal 2,4 Gigahertz Antennen. Und vier mal 5 Gigahertz Antennen. Wir haben Speed von 5400. Wir haben Wifi 6. Wir haben Mesh Wifi. Ja. Und zweimal Gigabit LAN Ports. Leider nur zweimal. So. Und dann könnt ihr das praktisch einfach so machen. Ihr schließt dann einfach den Strom an. So. Auch hier unten sind dann noch die Füße. Die haben sie von der Gigagate übernommen. Die sind cool. Bei der Gigagate sind sie aber ein bisschen locker. Das finde ich hier angenehmer. So. Und dann stellt ihr euch das irgendwo hin. Macht das einen Strom. Und ja. So kriegt ihr dann halt das Internet vom Router. Ja. Also das wäre jetzt die Möglichkeit. Eins. Ja. Also nur Strom. Und dann habt ihr hier hinten den Add-Knopf. Hier oben habt ihr auch noch einen Reset-Knopf. Einfach mit einem langen, dünnen rein. Dann könnt ihr das ganze Ding resetten. Hier ist dann der Connect-Knopf sozusagen. Also den drücken. WPS-Taste drücken. Dass die sich miteinander verbinden. Oder halt mit der App. Und dann mit der App der Tiret suchen. Und dann halt von da aus sagen. Was das WLAN-Netz sein soll. Wir werden das aber ganz anders machen. Wir werden praktisch dieses hier. Neben die Fritzbox-Stellen. Mit einem LAN-Port verbinden. Ja. Da. Mit einem LAN-Kabel. Und dann taucht der ja. In der App auf. Wenn wir halt praktisch der zweite. Scannen. Und sagen. Womit willst du verbunden werden. Dann hast du hier hinten. Dann praktisch. Zeig euch das mal. Ich muss das mal zuhalten. Habt ihr da praktisch den Strichcode. Den scannt ihr in der App. Und dann könnt ihr euch. Mit dem. Dann ist der denn praktisch in eurem. In eurer App drinnen. Und dann fragt er natürlich. Mit welchen. Soll der denn mit dem WLAN verbunden werden. Und da sagen wir dann natürlich. Nicht Fritzbox. Oder was wir haben. Nein. Wir sagen dann natürlich. Mit dem. Anderen Divolo. Was wir vorher mit LAN Anschluss. Am Router angeschlossen haben. Natürlich funktionieren die dann. Kann man. Welchen mal jetzt nehmen. Ist vollkommen egal. Dann bildet die gleichen. Also hinten einfach. Strom ran. Ein LAN Port ran. Und dann kann man das dann hinten. Beim Router so hinstellen. Und dann. Funken die beiden zusammen. Ich bin am überlegen. Ob ich das jetzt gleich. Am Anfang schon mache. Oder ob ich erst mal. Nur ein nehme. Und. Mal gucke. Wie weit ich die Geschwindigkeit. Vom Router. Ins Wohnzimmer bekomme. Und dann halt. Mit. Mit den beiden. Also. Praktisch. Die beiden. Die beiden. Verbinden. Und. Wie da die Schnelligkeit ist. Mal gucken. Wie ich es schaffe. Vom optischen. Finde ich ihn ganz schick. Aber echt. Ich finde es wirklich schade. Da hätten wirklich noch. Zwei LAN Ports hier hingepasst. Für. Wohnzimmer. Weil man viele LAN Ports hat. Oder LAN Geräte hat. Ja. Oder mehrere Konsolen hat. Ja. Wo. Oder halt ein Fire TV. Und die Konsolen. Und dann vielleicht noch. Den Fernseher. Oder die Soundbar. Oder was weiß ich. Was dann mit Internet verbunden werden soll. Vielleicht beim nächsten Upgrade. Äh. Vielleicht noch zwei. Zwei LAN Ports. Oder drei LAN Ports. Oder so. Noch dazu. Dann. Werdet noch. Natürlich noch ein bisschen. Besser. Da. Oder ein Paket machen. Ein Starter Paket machen. Für. WLAN Mesh. Zum Beispiel. Wo man. Wo man. Dann einmal. Den hier hat. Mit. Zwei LAN Anschlüssen. Und einen. Zwei. Oder drei. LAN Anschlüssen. Mehr. Dass man. Dann weiß. Den stelle ich bei der Fritzbox hin. Und den anderen stelle ich ein bisschen weiter hin. Und dann. Habe ich dann hier. Platz für meine Geräte. Zum Anschließen. Da bin ich mal gespannt. So. So. Das soll es jetzt. Auch für das erste Wesen sein. Wir werden uns gleich dann mal. Anschließen. Und gucken. Was dabei rauskommt. Wie sie sich verbinden. Und vor allen Dingen. Wie die Geschwindigkeit ist. Leider kann ich. Die Geschwindigkeit. Nur mit der. Xbox. Und mit dem. Fire TV. Testen. Weil. Mit der Playstation. Erstmal. Die Playstation zeigt es nicht. So genau an. Wie die anderen beiden. Die ich gerade genannt habe. Und. Der Upload. Bei der Playstation. Ist seit dem vorletzten. Update. Für den Arsch. Also da steht. Mehr als drei Comic nicht hoch. Drei. Äh. Drei Mbits. Das ist aber nicht nur bei mir so. Das ist bei allen so momentan. Dass da irgendwie. Der Wurm drin ist. Dass das nicht angezeigt wird. Ähm. Deswegen zeige ich es euch halt. Auf der. Xbox. Und auf der. Äh. Auf der. Auf dem Fire TV. Die sind da wirklich. Sehr genau. Und gut. So. Nichtsdestotrotz. Mache ich hier erstmal einen Cut. Äh. Ich werde euch die natürlich. In der Videobeschreibung verlinken. Wir werden die jetzt testen. Wie vom. Vom Speed hier her sind. Und. Vom Einrichten und so. Und dann werden wir auch mal verschiedene. Ja. Auch mal mit. 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 Mit der Gigagate vergleichen. Von der Geschwindigkeit. Mit der Gigagate. Weil noch geht es da halbwegs. Meine Gigagate. Also die kann ich jetzt nicht mehr bewegen. Weil ich die immer bewege. Dann. Fällt das WLAN wieder aus. Dann halte ich Abbrüche. Äh. Aber nicht von meinem Internet. Sondern von. Bei der Gigagate direkt. Also da ist irgendwie Wackelkontakt da innen drin. Irgendwie. Ähm. Ich weiß nicht. Die ist auch schon ein paar Jahre alt. Aber soweit wir das machen können. Machen wir da was. Und vergleichen auch mal mit dem. Mit dem von Netgear. Das werden wir auch mal vergleichen. Und so. Und am Ende mache ich dann auch noch ein Fazit Video. Für wen. Welches Produkt wohl am besten geeignet ist. Und warum und weshalb. So. Aber jetzt bin ich erstmal weg. Wie gesagt. Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr Fragen habt. In die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin. 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 Bis zum nächsten Mal.